Okay, let's go boys. Boah, Alter. Oh, Michael Myers, ich bin weg. Der ist bei mir. Lasst euch nicht stalken. Jaja, der wollte mich wieder stalken, die kleine Drecksau. Oh, Billy, dann ist der hier in der Nähe. Kevin ist gleich da drüben. Ja, der geht jetzt durch das Maisfeld. Rüber zu der anderen Hütte. In der Mitte steht so ein komisches Ding. Das ist der Operator, Benji, wo wir gerade waren, ne? Ja, genau. Hier ist auch eine Kiste, die kann ich schon kurz machen. Doch, der haut dagegen. Aber der versucht erstmal nur zu stalken. Jaja, aber ich hoffe, ich stalk ihn wieder hin. Weil der ist jetzt gerade da weggegangen. Oh, ja, sehr schön. Der kommt zurückgelaufen. Wo wir hingelaufen wollten, Benji. Nicht, wo wir hinlaufen wollten. Da, wo wir gerade hingelaufen sind, in der Richtung. Digga. Ist er bei euch? Ja, jetzt kommt er bestimmt. Bei mir nicht. Ich bin wieder in den alten Generator rüber. Ich tue gerade jeden Generator antippsen. Dass er denkt, überall kann jemand sein, weißt du? Ich mach meinen nur bisschen voll. Ich mach ihn nicht komplett voll, ja? Dass wir am Schluss nur noch kurz zack machen müssen. Ich helfe dir eben schnell. Dann lass direkt mal nach rechts, Billy. Da ist meiner. Sorry. Das geht die ganze Zeit woanders, denn das ist immer das Problem. Oh, er kommt. Hinter dir. Oh, er hat gestalkt. Mein Bett im Kornfeld. Oh, wer hat denn da fertig gemacht? Random. Nice. Ich bin weg, ne? Ja, der sieht mich nicht mehr. Ich war mir schon wieder hin. Zu dem Generator, der angegangen ist. Oh, der kommt zu mir. Da muss ich aber ganz weit weg. Ja, Maisfeld, kannst du mich nicht sagen, mal? Eine kleine Sackratte. Der ist hinter dem, ne? Ja, ja, ich weiß. Oh, oh, one hit. Ich glaube, ich bin direkt hier. Jo, jo. Schade, ich hab gedacht, der kann nicht stalken, der Maisfeld. Der kommt zu dir, der kommt zu dir. Mach den Generator. Und kommt rum. Hatte ich gesehen. Nee, doch nicht. Der geht jetzt ins Maisfeld. Oh, warte kurz. Der hat noch Stufe 3. Das geht aber bald wieder weg. Jetzt ist er beim Generator, wo ich impfe. Oh, da muss ich ganz schnell weg. Der kommt, ne? Jo. Oh, der ist auf Stufe 3. Och Gott. Aber er lässt mich liegen. Ja, er hol dich, er hol dich. Ja, guck dir den Schrank, der sucht dich. Oh, jetzt ist es weg. Er ist keine Stufe. Ah, der hebt mich jetzt auf die Drecksaugen. Wo macht er dich hin? Ach, wieder dort. Ja. Ben hier kommt. Er hat dich gesehen. Okay, dann komm ich jetzt zu dir, wenn er Ben nichts holt. Ja. Du bist noch 3, okay. Was ist noch hier? Da geht Kevin. Oh, jetzt wird er Kevin in der Hand. Ja. Denk ihn ab, Kevin. Der will mich, der will meinen Arsch. Wunder. Ach, Mann, ey. Wunder. Gibt's ja nicht. Wir wollen nicht nur Kevin haben, ne? Ja, klar. Wenn sowas nennen die Leute, dann Wunder. Wenn er immer nur auf einen geht. Jo, ist vorbei jetzt. Du, die Runde war das. Ah, jo. Muss mal kurz meinen Booster aufladen lassen. Warte, bin ich aber weggehauen. Mann, ey. Verdammt. Ey, wo ist der? Ich hab ihn gehört. Er ist im Maisfeld. Ah, da, ja. Der ist beim Maisfeld bei dem Generator in der Mitte. Den nicht mehr. Wir sehen. Beim Traktor. Kommt wieder zurück. Da haben wir Kevin gestorben. Boah. Der wird jetzt zu mir wieder kommen. Ja, der läuft im Kreis. Ich hab gefehlt. Den nicht. Na du Muschischlitzer, wo bist der? Möchte zur Frau werden. Na dann. Der kommt wieder zurück. Den halt nicht, ne? Ach da. Jetzt kommt der Jamougen. Muss los. Der kommt wieder zurück. Der kommt wieder zurück. Zum Traktor. Ja. Wo ist er denn? Der verkackt bei mir überrennen. Ja, der kommt jetzt auch. Ja. Geh ich mal stark von aus. Geh ich mal stark von aus. Ja. Auto wieder gegen den Generator. Er geht um die Steine rum. Wir sehen. Der hat mich. Der ist nicht one-hit glaube ich, oder? Der ist stocked. Oh, der will dich verliegen. Der will meinen Arsch. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Wo ist der dritte? Das ist der in der Mitte. Beim Traktor glaube ich. Irgendwann in der Nähe war der. Ja. Jo, der Random ist bei dem. Ist der beschäftigt? Ne, der Random haut grad ab. Läuft er grad zu dir. Ich weiß nicht wo er ist. Ich bin in der Mitte bei dem Generator. Bei mir. Ich bin bei dem Mais. Er hat den Ding ins. Machst du einen Generator? Ja, ich mach den bei dem Maisfeld in der Mitte. Der lässt den aber liegen. Der kommt zu dir, Billy? Ne, er hätte auch. Achso. Der hat den genau bei mir hingetan. Ich hab den Haken nicht gesehen. Der bringt mich aber bestimmt weg. Der hängt ja schon da. Ey, wie oft kann er denn gegen den Generator holen. Ja. Der hängt mich dort auf, wo jemand ist, ne? Aufpassen. Das kannst du. Das ist bei dir, Billy. Der läuft jetzt im anderen wieder. Der kommt wieder, der kommt wieder. Oh oh. Ja, der fängt mich jetzt. Jetzt kommt er zu dir, Benji. Ja. Wenigstens kann er keinen Ballen hinten mehr machen. Das sind die ganzen Paletten. Das sind die ganzen Ballen hinten. Der hat der Billy eben alle umgeworfen. Da hinten. Hier oder was? Ja, ja. Ich muss noch weiter nach links. Ich muss noch mal, was ich jetzt hier. Oh, hier ist ein Knack. Ach, hier ist ein Knack. Hier ist ein Knack. Da ist ein Knack. Ja, das ist ein Knack. Hier ist ein Knack. Ja, ich bin komplett erholt, der sieht mich nicht. Ich liege im Gras. Komm sofort. Der steht oben auf dem Traktor, ne? Bei dem LKW. Aber der müsste dich doch rot sehen, wenn du liegst. Klar sieht er dich. Ne, doch nicht. Der hab ich nicht gesehen. Meinst du? Das wird ja nicht markiert. Der kommt, der Benji. Ja, ich sehe es. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Absteigen, yeah! Das zerbringt mich eh in den Keller. Ich muss sagen, du hängst. Noch nicht hängst, noch nicht hier. Malte mal was. Ey, versteh ich nicht. Ja, man verspinnt das, ne? Ja. Jaja.